ja ich habe die tage mit meiner frau alte rechnungen aussortiert und da habe ich bei festgestellt dass ich mein schweißgerät mein erstes weg schweißgerät von hst dass ich das schon neun jahre besitze und da dachte ich mache ich mal ein kleines video und zeige euch mal dass das immer noch funktioniert kleine alte rechnungen aussortiert dabei ist mir eine hand gefallen ich habe es im november 2008 gekauft und es steht immer noch in meiner werkstatt hier sieht man das das ist das tick 200 m gibt es in ähnlicher form immer noch ist baugleich mit dem berlern schweißgerät dass ich auch immer halt empfehle für alle die nicht ganz so viel ausgeben möchten aber trotzdem wegschweißgerät haben hat eine puls funktion hat 200 ampere mit einer kleinen argon flasche hier ist das schlauchpaket da musste ich schon mal mit dem kabelbinder ein bisschen reparieren ansonsten funktioniert es immer noch ist halt alles relativ einfach spiegelt halt irgendwo auch den preis wieder aber nichtsdestotrotz funktioniert ist ich weiß jetzt mal ein kleines stück nebenbei blende ich immer mal ein paar sachen an die ich damit gebaut habe ich habe nicht immer alles fotografiert ich habe so unzählig viele handläufe gebaut geländer und mehrere rolltore habe ich gebastelt normale gartentore natürlich in c stahl in edelstahl ich mache es am liebsten in edelstahl alles braucht man nicht lackieren nichts und edelstahl sieht auch immer am edelsten aus darum heißt es wahrscheinlich auch edel kleiner witz am rande ja und ich denke mal damit habe ich auch den beweis angetreten dass das gerät vernünftig funktioniert wenn man damit vernünftig umgeht ich schmeiße es nicht irgendwo hin ich tue es mal in kofferraum ich fahre mit irgendwo hin das ist relativ klein ja es ist wirklich ich bin damit zufrieden und das waren damals habe ich das noch bei ebay gekauft als bei amazon gab es damals noch gar nicht so viel schweißgeräte und ich war da auch sehr skeptisch ich habe für nachbarn damals ein gartentor gebastelt und wollte mich immer ein schweißgerät ausleihen da ich mir gedacht holst du dir das mal und hab dann das gartentor gebastelt da ich das schweißt das schweißgerät schon mit raus und war doch erstaunt wie gut das funktioniert habe schon vielen gezeigt und das war irgendwie auch so dieser startschuss für diesen kanal weil dann immer wieder leute nachgefragt haben und ich kenne unwahrscheinlich viel die mit schweißtechnik zu tun haben ich habe immer mal wieder irgendwas geschweißt irgendwann habe ich über dieses super tick über dieses tick 200 m da mal ein video drüber gemacht und das kam sehr gut an und dann habe ich mit diesem kanal ja angefangen also also dieser startschuss war vor neun jahren hat im november jetzt geburtstag mein schweißgerät und ich glaube ich werde es dafür mal richtig putzen und mal abschrauben alles und mal mit druckluft auspusten vorsichtig und mal ein bisschen pflegen ich habe mir dieses super tick 200 super tick 200 genau ein acdc schweißgerät von ntf geholt aber halt auch nicht weil ich das zusätzlich benötige sondern weil ich halt auch ein bisschen auf die alu schiene gehen will und flexibel sein will alu auch schweißen will ich gerne schweißen möchte jetzt auch noch so ein bisschen ein paar alu videos machen jetzt lerne ich alu schweißen oder vielleicht nenne ich das irgendwie ein bisschen anders mal gucken und deswegen nur an sich funktioniert das gerät immer noch gut und ist für so ein heimwerker ich sage mal vielleicht brauche ich das mal in der woche eine stunde oder so ja es kann mal sein dass ich es mal drei vier stunden in der woche brauche wenn ich irgendwie basteln es kann auch mal sein dass es zwei wochen unbenutzter rum steht es funktioniert alles noch es ist alles einfache solide technik es ist kein high end gerät spiegelt natürlich irgendwo auch den preis wieder aber ihr seht wenn man vernünftig damit umgeht vielleicht habe ich auch ein bisschen glück gehabt das weiß ich nicht aber wenn man vernünftig damit umgeht hält auch so ein gerät und man sieht eben schweißt immer noch es hat eine einfache pulsfunktion mit zwei stufen mit dem puls sogar und 200 ampere und wenn euch dieses berlang gerät ich kenne jemanden der hat das berlang gerät jetzt auch schon um die fünfe und halb jahre das funktioniert also auch das sind geräte die kann man empfehlen und klar man wenn man das geld hat und wenn man den anwendungszweck hat und wenn man professionell arbeiten will kann man auch deutlich mehr ausgeben ist vielleicht in manchen bereichen auch sinnvoll aber für so ein hobby schweißer reicht so ein gerät und es hält auch wie ihr seht wünsche ich euch viel spaß beim schweißen möchte das video gefallen hat wie immer kanal abonnieren daumen hoch